Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity 5. Was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben hier unser erstes nobles Casino hingestellt und die Kiste läuft, die brummt vor sich hin und wir verdienen schon richtig Asche damit, so muss es sein. Wir haben aber auch zu unserem Leidwesen festgestellt, dass wir so langsam verkehrstechnisch Probleme bekommen, speziell hier im hinteren Bereich, wenn wir da etwas unüberlegt zu Werke gegangen sind und speziell hier in diesem inneren Zirkel staut es sich dann doch ganz vehement und nachhaltig, was denke ich einfach daran liegt, dass wir hier unsere oder zu viel Gewerbe einfach hier reingebaut haben und dann aufgrund der extrem hohen Nachfrage sowohl von unseren Einheimischen als auch von den Touristen hier dann ein Problemchen bekommen mit dem Verkehr. Deswegen haben wir jetzt beim letzten Mal hier schon ein bisschen Gewerbe außerhalb gebaut und zwar direkt hier an der Hauptstraße. Ich denke, das sollten wir auch weiter verfolgen, diese Idee. Und hier ebenfalls ein bisschen Gewerbe hinstellen, einfach so an die Eckpunkte, wo es nicht großartig stört oder zumindest aktuell nicht großartig stört. Ich werde das Ganze hier auch nochmal machen. Lassen wir es so ein bisschen punktuell verteilen. Ich hoffe, das geht sich aus. Wir werden sehen. Mehr alles schief ging, kann es ja nicht. Deswegen lasst es uns mal ausprobieren. Und dann werden wir schon sehen, ob es taugt oder nicht. So, oh, wir haben noch Nachfrage nach Gewerbe bei den Snops. Der könnte eigentlich aufsteigen, aber wahrscheinlich gibt es die Straße nicht her. Komm, du kriegst einen Straßenabdreh von uns. Hast du schon? Oh Mist, okay. Ich habe mich zu früh gefreut. Die haben schon die Oberste... Natürlich, wir haben ja aufgewettet, ansonsten würden hier die Hochhäuser nicht entstehen. Ja, guten Morgen, haben wir gepennt. Warum steigst du nicht auf? Ich will, dass du aufsteigst. Grün ist er. Ah, okay, man muss bloß mit den Leuten reden. Also hat funktioniert. Sehr gut. Ja, dann haben wir hier diesen Punkt wohl erledigt. Das hier extrem hohe Nachfrage ist nach Gewerbe für die Oberschicht. Also, Thema ist durch. Sehr schön. Wie sieht es denn aktuell aus mit unseren Einwohnern? Nur die mittlere Einkommensschicht hat mal wieder Problemchen. Kennen wir ja schon. Aber da wird jetzt nach und nach gebaut. Also da sollte was gehen. Das ist in Ordnung. Da entsteht der nächste Wolkengrad. So, ja. Wird schon, wird schon passen. Was? Abwasser? Was ist mit dem Abwasser? Abwasser ist doch alles... Oh, von wegen Abwasser. Nix ist in Ordnung. Oh, oh. Wo ist euer Problem, Jungs? Die Dinger laufen. Beide sogar. Sollte doch alles passen. Was haben sie denn? Hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. Was haben wir für Probleme? Liebe Freunde? Arbeiten hier wieder zu wenig? Oder müssen wir einfach ein Klärbecken herkommen? Was soll's? Stellen wir noch ein Klärbecken hin. Ist doch wurscht. Ist doch egal. Oh, das hat jetzt aber nix gebracht. Hm. 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 Ja. Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch. Abwasser. Ja, klar. Wenn man hier auf der Wasserkarte ist. Ah. Nein. Fail. Okay. Sorry, Freunde. Dicke sorry. Habe ich wieder gepennt. Wasser brauchen wir. Ja. Ist in Ordnung. Ist verständlich. Ihr kriegt Wasser. Gar kein Thema. Stellen wir da hin. Und gut ist. Ah. Ja. Irgendwie. Also. Es ist einfach schon spät. Ja, ne. Faule Ausrede. Ich hab einfach nicht aufgepasst. So ist es. So. Dafür geht's hier richtig ab. Jawohl. Da verdienen wir richtig gut Geld. Das ist schön. Aber greifen wir da doch vielleicht in anderen Casinos so ein bisschen die Kundschaft ab. Nö. Sieht nicht so aus. Nö. Ganz im Gegenteil. Also hier geht richtig was mit. Ähm. Mit. Mit dem Glücksspiel. Hier können wir auch schon ein Upgrade hinstellen. Passt. Was für Upgrades haben wir denn? Oder was bietet sich denn an? Also wir können. Unterhaltungsabteilung. Lokale Genehmigung erteilt. Starbühne. Discoglub. Konzerthalle. Exklusiver Club. Hier haben wir die Spielabteilung. Da können wir Poker, Craps und Baccarat. So wie Roulette. Und hier Gästezimmer. Ah. Das ist dann für die. Für die mittlere und. Oberklasse für die Hotels quasi. Können wir ja hier aktuell nicht bauen. Also gerade so. Hier ist Penthouse und Zimmer der gehobenen Klasse. Hier haben wir ein Pokerzimmer. Das könnte man sogar hinstellen. Ja komm. Das bauen wir sogar hin. Was soll es? Noch eine Runde Pokern. Sollen wir es auf die andere Straßenseite stellen? Ah ja. Stellen wir es auf die andere Straßenseite. Passt. Da ist ja Platz. Wieso nicht? Wenn sie noch ein bisschen pokern können. Ja. Jetzt hat man auch mehr Touristen wieder Platz. So ist recht. Ja. Hier läuft es. Das Geld fließt. Die Veranstaltung ist auch schon wieder ausverkauft. Wie sieht es denn aus auf der Touristenkarte? Sehr gut soweit. Das ist denke ich prima. Oh. Hier ist jetzt auch schon wieder das Hotel auf die höchste Dichtestufe aufgestiegen. Also zwei große Hotels haben wir hier. Und hier haben wir sogar drei. Nicht schlecht. Hier übernachten welche. Hier übernachten welche. Und hier in unserem Theater ist auch richtig viel los. Ja. Also können wir uns nicht beschweren. Das Geld fließt in Strömen bei uns. Sehr ordentlich. Und was macht der Verkehr da hinten? Mal wieder einen Blick drauf werfen. Ja. Mhm. Ja. Noch ist okay. Aber man merkt schon da. Ja. Dieses Eck hier ist tödlich. Und hier fängt es auch schon an zu stauen. Nicht wirklich schön die Sache. Nicht wirklich schön. Ne. Ach Gott. Und wie sie sich stauen. Schaut euch das an. Das ist ja übel. Das ist ja nur noch übel. Ja. Wir müssen die Hauptstraßen unbedingt mal ein bisschen pushen hier. Halt. Das haben wir ja schon. Komm. Hier. Zack. Hohe Dichte. Hohe Dichte. Es hilft alles nichts. Wir brauchen da einfach ein bisschen mehr Durchsatz auf diesen Straßen. Da muss mehr gehen. Gerade die Touristen. Die hauen zusätzlich noch rein zu unserer regulären Bevölkerung. Und da können wir nicht mehr rumkleckern. Sondern da muss einfach was gehen. Also das zumindest so der Eindruck. Und vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, dass wir hier in die Straßenbahn investieren. Das wäre vielleicht auch nicht ganz. Halt. Hier habe ich was vergessen. Wäre vielleicht auch nicht ganz ungeschickt. Wenn man das machen würde. So. Hohe Dichte. Und hier ist schon hohe Dichte. Okay. Nein. Mein Gott. Also heute bin ich echt ein bisschen zu streut. Ich sehe die Hälfte nicht. Hohe Dichte. Jetzt aber. Hohe Dichte. Hohe Dichte. Jetzt haben wir denke ich hier die. Zumindest hier im zentralen Bereich die Hauptstraßen mal auf hohe Dichte. Hoffentlich geht da ein bisschen mehr. Ja. Aber hier merkt man schon, dass dieser Block wird ganz extrem frequentiert. Ganz extrem. Ja. Das werden die Kaufhäuser hier einfach sein. Ja. Da geht es ab. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist nicht mehr. Die müssen da raus. Die müssen da raus. Und zwar ganz dringend. Wie sieht es mit euch aus? Ihr seid wahrscheinlich auch schon wieder leer. Ah, der stellt noch ein. Hier gibt es noch ein bisschen was. Die sind auch schon leer. Ja, ja. Also die müssen raus. Sobald die Läden hier außerhalb entsprechend da stehen, fliegen die hier drinnen raus. Aber wir müssen hier natürlich dann auch die Straße aufwerten, dass da was vorwärts geht. Weil ansonsten steigen die nicht auf. Ist auch klar. Machen wir das an dieser Stelle. Wir können es uns ja leisten. Wir verdienen 191.000 Simoleons mit dem Glücksspiel im Monat. Das ist sehr ordentlich. Und hier ist schon wieder Veranstaltung durch. Dann planen wir gleich die nächste. Bloß kein Geld verschwenden. Ja, also wir investieren 6.000, kassieren 42.000. Das ist, denke ich, ein guter Tausch. Das passt. Das ist in Ordnung. Wir sitzen mit unserem Flughafen aus. Heute angekommene Touristen 0. 0, das ist aber wenig. Ach so, ja klar. Es ist erst 1 Uhr nachts. Ja, ist okay. Lassen wir gelten. Wasser sollte mittlerweile wieder grün sein. Genauso wie das Abwasser. Wobei, komm, schmeißen wir das Ding an. Bevor wir uns die Jammererei wieder anhören müssen. Außerdem wird dann wieder zusätzlich Grundwasser produziert. Ist auch nicht verkehrt. Was macht eigentlich unser Recyclingzentrum? Da haben wir einfach zu wenig Material noch. Okay, schauen wir uns das auf der Karte an. Alles abgefrühstückt. Müll haben wir ja auch kein Thema. Es wird von der Nachbarstadt entsorgt. Haben wir immer noch kein Problem. Und das, obwohl wir fast 60.000 Einwohner haben. Also das ist schon flott. Was macht das Großprojekt? Ja, die Legierung steigt so langsam. Also da sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Das wird sich aber noch ewig hinziehen, wenn es in dem Tempo weitergeht. So, was macht das Krankenhaus? Die hatten ja immer mal wieder Probleme, dass sie ausgelastet sind. Aber dort ist das wieder rückläufig. Also aktuell alles im grünen Bereich. Gerade mal vier Patienten. Das war gut, dass wir da ein bisschen geknausert haben. Schule voll ausgelastet. Das sehe ich nicht gern. Und Polizei, 14 Gäste bei uns. Aha, haben wir auch schon lange nicht mehr geschaut. Jetzt durch das extreme Glücksspiel. Da wird es wahrscheinlich zugehen bei uns in der Stadt. Ja, und man sieht schon hier, also Verbrecher sind da durchaus. Und die sind doch fleißig. Da hinten ist gerade eben Clownsee. Aber kassiert. Jawohl, vielen Dank. Einer weniger. Und da ist schon der Nächste, der unterwegs ist. Mach keinen Scheiß, Junge. Denk dran. Bei uns gibt es die Cops. Mach keinen Blödsinn. Ich warn dich. Lass gut sein. Überleg es dir. Tu es nicht. Tu es nicht. Da sind die Bullen. Ah, die Cops-Mähe natürlich. Ja, er scheint sich zu überlegen. Nein. Nein. Bleib brav. Du Narr. Selber schuld. Das geschieht dir recht. Unbelehrbar. So. Gut, also waren wir live dabei, wie sie ihn einkassiert haben. Kann man euch nicht helfen. Was macht das Bildungsniveau? Ja, ist okay. Aber wir müssen wieder erweitern. Es hilft alles nichts. Aber diesmal bauen wir jetzt die Hochschule. Das ist mir jetzt alles zu dumm. Das mit der Technikstufe, das geht sich nicht aus. Also da hilft die Nachbarschaft überhaupt nicht, was die Technikstufe angeht. Deswegen hilft dir selbst das gute alte Motto. Dann machen wir das an dieser Stelle. Wo stellen wir denn die Schule hin? Ja, ich möchte jetzt natürlich auch die Polizei nicht allzu sehr zubauen. Aber hier können wir es, glaube ich, hinstellen. Das sollte ja doch kommen. Das geht. Stellen wir da hin. Und gut ist, allgemeine Hochschule. Wie sieht denn die Busnetzabdeckung? Ne, Bus müssen wir nicht machen. Das passt. Arbeitsplätze. Mittlerweile sind wir bei der mittleren Einkommensschicht auch wieder von den besetzten Stellen höher. Also ist okay. Trend ist gut. Bei den Reichen haben wir ein Problem im Moment. Da muss was passieren. Aber die kommen so langsam. Ja, doch. Ist okay. Was ist mit euch? Straßenupgrades. Ja, natürlich. Die Straße sollte man auch aufwerten. Ansonsten steigen die nicht auf. Also kriegt ihr ein schönes Upgrade. Und meine entzündeten Augen sehen zudem hier endlich den ersten Tower für unsere Snobs hinsichtlich des Gewerbes. Also der Einzelhandel brummt. So muss es sein. Wie viele Waren hast du denn noch? Ja, ein bisschen was. Ja, aber es wird schon eingekauft. Und ich meine, Souvenir sind auch genug da, dass unsere Touristen hier was zu mitnehmen haben. Sehr ordentlich. Und die Zufriedenheit, ja, denke ich, ist alles okay. Passt. Sind wir im grünen Bereich. Ist in Ordnung. So. Tourismus. Können wir nicht meckern. Passt. So. Sollen wir hier vielleicht auch noch ein bisschen was hinbauen, in der Hoffnung, dass da Hotels entsteht? Das wäre gut. Das könnten wir noch machen. Bauen wir einfach noch was hin. Dann wollen wir schon sehen, ob sich das ausgeht. Wenn wir hier ein zusätzliches Hotel haben, dann profitiert vielleicht dieses Casino noch ein bisschen. Wäre natürlich nicht verkehrt. Und nochmal kurz einen Blick auf den Verkehr. Die Straße gefällt mir nicht so wirklich. Diese kleine Straße hier, ich denke. Über die... Ja, komm, die reißen wir ab. Das probieren wir. Wir reißen einfach mal diese Straße ab. Und okay, das war zu viel. Das war mehr als die Straße. Sorry, Leute. I'm sorry. Was ist jetzt das? Achso, ja, das sind unterschiedliche Dichtestufen. Alles klar, gut. Ja, komm, dann werden wir die Straße auch noch auf. Und dann ist es gerade wurscht. Dann sieht es jetzt so hässlich aus. Passt. Oh, und hier haben wir, glaube ich... Haben wir uns verzockt, oder? Vom Platz her. Ja, ja, das reicht nicht, dass hier auf beiden Seiten Wolkenkratzer entstehen. Das ist aber komisch. Ich habe gedacht, die haben wir doch ausgemessen. Ach, ne, wir haben bloß von dem Rand ausgemessen, ne? Hm. Schauen wir kurz. Ja, ja, da haben wir ausgemessen. Hier drin haben wir nicht ausgemessen. Ach gut, das ist nicht so wild. Dann wechseln die sich ab mit den Wolkenkratzern. Ist okay, dann haben wir hier vielleicht nicht ganz so viel Verkehr da drin. Wenn das ist in Ordnung. Ich würde gerne zur Uni gehen. Ja, ja, ist schon recht. So, der Verkehr wird ein bisschen umgeleitet. Hoffentlich dadurch entzerrt. Ja, von wegen. Jetzt schaut es sich halt hier. Ja, wobei, geht noch. Geht noch. Also ist, glaube ich, besser als vorher. Warten wir es ab. So, was habt ihr versorgen, Freunde? Ja, große Feuerwache. Nein. Nein, nein, nein. Ich knauser immer noch ein bisschen. Und die Jungs schreien auch schon wieder. Ja, die Arkeologie. Nein. Lass gut sein. So. Ich habe immer noch keinen Helikopter gesehen. Bei uns am Rathaus. Aber dafür ein schönes Auto. Ist aber nicht unser. Wobei, das wäre auch mal schnucklig. So eine süße Mühle. Warum nicht? Nö, ist okay. Passt. Wie geht es unserem Casino? Ui, 117.000 am Tag. Schaut euch das an. Da geht ja einiges. Also dieser zusätzliche Ausbau hat wohl noch mal was gebracht. Dieses, äh... Ja, was war es? Dieses Poker-Dingens. Die Kiste Pokerzimmer. Das war nicht schlecht. Ja, ähm... Was für ein Upgrade stellen wir denn hin? Ich neige dazu, noch ein Hotel-Upgrade hinzustellen. Können wir eigentlich machen, gell? Gäste-Zimmer. Oh, ne, können wir nicht machen. 300.000. Haha, sehr lustig. Nö, machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sollten wir die Kohle auch haben. Gut, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich sage an euch wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf einen Wiedersehen in der nächsten Folge. Wo wir hoffentlich wieder ein bisschen Geld verdienen. Und wenn es wieder heißt, Let's Play SimCity 5. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Zockt nicht zu viel, ne? Denkt dran. Macht's gut. Und Servus.